Ich bin Diktator der Herzen, ich trage eine Uniform, mein Leibersack ist zum Teil Gute. Vorkoster, was gibt's denn heute? Mh, Nudeln mit Blut. Bin seit 40 Jahren an der Macht, hab drei Wutsche überlebt. Weiß nur eins mit Sicherheit, ich werde wieder gebeten. Heute war Steinigung im Bürgerpark, ich war leider nicht dabei. Ich verbrachte den Vormittag in meiner Falknerei.